Goal, goal, Buster, goal, who wills go round and round, goal, 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 Buster! Wow, ich liebe die Berge! Schnür ist echt super! Diese buckligen Buckel sind der spaßigste Spaß! Wow, diese Chance ist super! Los geht's, Buster! Ich bin mir nicht sicher. Was ist, wenn wir stürzen? Komm schon, Ash! Du bist ein super Feuerwehrauto! Du kannst alles schaffen! Kommt schon, Leute! Los geht's! Scout, wir fliegen! Buster, wir stürzen ab! Seid ihr okay? Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ich auch nicht. Ich will nach Hause. Oh nein! Wir haben echt was abgekriegt. Wir müssen zu Jeddas Garage. Wir müssen erst mal den Berg runter. Ash, hilf uns, bitte! Ich hab' ne Idee! Ich hab' ne Idee! Wir müssen erst mal den Berg runter. Du schaffst es! Mach' weiter! Du schaffst das, Ash! Wow, das ist nicht hilfreich! Hier ist schwindelig. Wir sind fast am Fuße des Berges angekommen. Prinzess! Ihr beide hattet wohl einen schweren Aufprall, oder? Es war wirklich ein Riesensprung. Ja, es war wahrscheinlich der größte Sprung der ganzen Welt. Oh, das ist kalt. Entschuldigung. Das kitzelt. Ihr beide seid wirklich tapfer. Und ganz besonders du, Ash. Basta hat mir gesagt, dass Feuerwehrautos alles schaffen können. Das hast du bewiesen. Das hat er wirklich. Dankeschön, Jada. Ich danke dir. Und ihr zwei braucht jetzt eine Pause, damit ihr euch gut erholen könnt. Beim nächsten Mal haben wir den Sprung drauf. Das habe ich gehört.